Hallo, du möchtest lernen, wie du deine Filme mit Magix Video Deluxe schneidest? Dann bist du in diesem Einsteiger-Tutorial genau richtig. Unmittelbar nach dem Programmstart erscheint dieses Fenster. In diesem Fenster kannst du ein neues Projekt anlegen. Warum ein neues Projekt? Weil Projekte in Magix Video Deluxe, wie in den meisten anderen Videoschnittprogrammen auch, die oberste Ordnungsebene bildet. Mit anderen Worten, man braucht zunächst mal ein Projekt, ehe man überhaupt was machen kann. Und deswegen stelle ich hier sicher, dass die Schaltfläche Neues Projekt ausgewählt ist. In den meisten Fällen wirst du sicherlich hier einen Projektnamen eingeben wollen. Ich tippe hier mal Ballonstart ein. Und dann geht es hier auch schon weiter mit den sogenannten Filmeinstellungen. Hier legst du praktisch fest, wie dein Film in Magix Video Deluxe angelegt wird. Und zwar hinsichtlich der Bildgröße, also der Videoauflösung, wie man auch sagt, und der Framerate. Also der Anzahl von Bildern pro Sekunde, die Magix bei allen Berechnungen zugrunde legt. Hierzu kannst du hier in diesem oberen Bereich auf verschiedene Standards zugreifen. Zum Beispiel UHD, UHD2 oder eben den voreingestellten HDTV-Standard. Und kannst dann im weiteren Verlauf hier unten dich für eine dieser Einträge entscheiden. Dieser Eintrag hier unten legt jeweils fest, eben wie groß dein Film angelegt wird, also in welcher Videoauflösung. Und hier eben, welche Framerate pro Sekunde zugrunde gelegt wird, also wie viele Bilder pro Sekunde Magix jeweils anlegt. Stellt sich die Frage, was ist hier die richtige Filmeinstellung? In den meisten Fällen hängt die Einstellung von den technischen Eigenschaften deines Rohmaterials ab. Wähl also hier die Einstellung, die deinem Rohmaterial entspricht. Diese verschiedenen Standards und Möglichkeiten hier im Detail vorzustellen, würde aufgrund der Vielfältigkeit den Rahmen dieses Einsteigervideos deutlich sprengen. Deswegen verzichte ich an dieser Stelle darauf und darf hier aber schon mal auf meine beiden Videotrainings hinweisen, wo ich hier im Detail auf die verschiedenen Standards eingehe und dir erläutere, wann du die wählen solltest bzw. welche Besonderheiten damit jeweils verbunden sind. Ich entscheide mich hier für den voreingestellten Standard HDTV und hier unten für die sogenannte Full HD Auflösung. Weiter geht es hier mit einem Klick auf Projekt erstellen. Ja, dann sehen wir ja auch schon die Programmoberfläche. Dann haben wir hier auf der rechten Seite den sogenannten Media Pool. Hier habe ich jetzt mal das Rohmaterial geladen, das ich in diesem Einsteiger-Tutorial verwenden möchte. Das habe ich getan, indem ich hier auf Computer geklickt habe und dann hier auf der rechten Seite in den dann hier dargestellten Verzeichnissymbolen zu diesem Verzeichnis navigiert bin. Dann werden mir hier die Inhalte eben dieses Verzeichnisses dargestellt. Rechts oben haben wir hier einen Schalter, da können wir draufklicken und dann kann man hier die Größe der Miniaturen steuern, um so sicherzustellen, dass man hier auch wirklich alle Inhalte eines Verzeichnisses gut erkennen kann. Du kannst alternativ dazu für bestimmte Schnitttechniken dein Rohmaterial aber auch einfach in einem Windows-Verzeichnis öffnen und dann direkt in das Programm ziehen. Das geht also auch. Du bist also nicht zwingend darauf angewiesen, dein Material hier oben im Media Pool zu laden. Du kannst es auch direkt in einem Windows-Verzeichnis öffnen und dann in das Programm ziehen. Bei bestimmten Schnitttechniken wohlgemerkt. Ich ziehe das hier mal wieder raus. So, dann geht es hier gleich weiter. Okay, dann wollen wir uns mal um den Schnitt des Materials kümmern. Magix bietet verschiedenste Möglichkeiten, dein Material zu schneiden. Eine der zentralen Entscheidungen in dem Zusammenhang ist, welche Fenstervariante, sprich welchen Fenstermodi man hier unten einstellt. Dieses Fenster hier unten ist das sogenannte Projektfenster. Das Projektfenster kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden. Den entsprechenden Umschalter dazu findest du jeweils hier auf der rechten Seite. Aktuell sehen wir dieses Fenster, man sieht noch nicht viel, aber aktuell ist es so, sehen wir das Fenster hier im sogenannten Storyboard-Modus. Daneben haben wir dann die Filmübersicht und hier den Timeline-Modus. Wir beginnen einmal im sogenannten Storyboard-Modus, deswegen klicke ich die Schaltfläche hier an, Storyboard-Modus. Und jetzt werde ich hier mein Rohmaterial auswählen. Ich beginne mal mit dem ersten Clip, den ziehe ich hier unten einmal rein. Dann erscheint dieses Dialogfenster. Hier geht es um den sogenannten Projektordner, also einen Ordner, in dem das Rohmaterial für ein Projekt gesammelt wird. Wenn du möchtest, dass dein Rohmaterial sozusagen als Sicherheitskopie in diesem Ordner gesammelt werden soll, dann klickst du hier auf Kopieren. Ansonsten klickst du hier einfach auf Nur importieren. Dann bleibt das Rohmaterial an seinem Speicherort und wird nur mit dem Projekt verlinkt, ohne dass es noch woanders hin kopiert wird. Deswegen gehe ich hier mal auf Nur importieren. Und dann haben wir auch schon den ersten Clip hier unten im Storyboard-Modus. Ein solcher Clip wird dann hier in Form einer solchen Filmbox dargestellt. Und wenn ich jetzt noch mal einen zweiten hier dahinter ziehe, dann kommt hier erneut diese Meldung. Ich gehe nochmal auf Nur importieren. Und dann haben wir hier die zweite Filmbox unmittelbar dahinter. So entsteht praktisch eine Reihenfolge deiner Filmclips. Wenn du die Reihenfolge komplett übernehmen möchtest, so wie die Reihenfolge hier auch im Media Pool zu sehen ist, bzw. wie die Reihenfolge auch in dem Windows-Verzeichnis eventuell zu sehen ist, aus dem du das Material ziehen möchtest, dann brauchst du dein Rohmaterial hier bloß auszuwählen. Ich habe ja dazu jetzt einfach eine Sammelauswahl vorgenommen, indem ich hier den ersten Clip angeklickt habe und dann mit gedrückter Shift-Taste auf den letzten geklickt habe. Und dann ziehe ich jetzt einfach mal diese verbleibenden Clips hier rein. Kommt eben nochmal dieser Dialog. Da gehen wir nochmal auf Nur importieren. So, und dann füllt sich zusehends das Projektfenster hier unten, das wir wie gesagt aktuell im sogenannten Storyboard-Modus betreiben. Wir haben jetzt hier relativ viele einzelne Clips. Wir sehen aber noch nicht alle. Und das liegt unter anderem daran, weil wir einen relativ großen Zoom-Faktor eingestellt haben. Und wenn ich jetzt hier mit dem Schieberegler agiere, sehen wir, was das meint. Das heißt, ich kann hier mit dem Schieberegler schon einmal die Größe dieser Film-Boxen, dieser Miniaturen steuern. Ich kann diese also einfach verringern und so mehr Film-Boxen auf einmal sehen. Trotzdem bekomme ich die hier nicht alle zu Gesicht. Selbst wenn ich jetzt diesen Zoom-Faktor hier relativ klein einstelle, beziehungsweise auf den geringstmöglichen Wert, also ganz nach links ziehe den Regler, aber um dennoch alle sehen zu können, beziehungsweise auch die anderen in Augenschein nehmen zu können, haben wir hier unten einen Scroll-Balken. Den schiebe ich mal nach rechts. Und dann kann ich jetzt hier wirklich alle anderen Videoclips sehen, beziehungsweise in Augenschein nehmen. Wir erhöhen mal wieder den Zoom-Faktor, dass wir hier die Miniaturen besser erkennen können. Und wenn du jetzt bei der Durchsicht feststellst, dass an der einen oder anderen Stelle die Reihenfolge vielleicht doch nicht stimmt, dann ist es in diesem Modus besonders praktisch, die Reihenfolge zu ändern. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Reihenfolge ändern möchten, wir haben hier zwei sehr ähnlich aussehende Clips. Und wenn man die hart hintereinander schneidet, dann entsteht das Phänomen der springenden Bilder. Der Zuschauer nimmt das als Störung wahr, eben weil die Bilder sich dann doch recht stark ähneln, aber halt doch nicht ganz identisch sind. Und beim Umschnitt registriert der Betrachter das als Störung, als Fehler, wie auch immer, registriert es als springendes Bild. Und das möchte man deswegen vermeiden. Und wenn ich jetzt hier die Reihenfolge ändern möchte, zum Beispiel indem ich diesen Clip hier nehme und dazwischenziehe, dann habe ich dieses Phänomen der springenden Bilder an der Stelle entschärft und eben die Reihenfolge verändert. Ich muss also nur den Clip nehmen und einfach an eine neue Position ziehen. Das ist natürlich äußerst bequem. Und so kannst du hier auf diese Art und Weise die Reihenfolge deiner Clips ganz bequem anpassen und alles in die entsprechende Abfolge bringen, so wie du dir das vorstellst. Dasselbe vielleicht auch nochmal hier. Auch den Clip ziehe ich mal zwischen diese beiden Clips und auch hier geht das mit der Reihenfolgeanpassung ganz bequem vonstatten. Dann gehe ich mal ein bisschen nach links, klicke dazu auf den Scrollbalken und dann haben wir hier beispielsweise einen Clip. Das hier ist so ein Gebläse, das die Ballonhülle aufbläst und das ist sehr laut. Wenn ich das wiedergebe, werden wir das hören. Um die Wiedergabe zu starten, kann ich hier einfach die Leertaste drücken. recht laut und wenn man diesen recht lauten Audiopegel etwas reduzieren möchte, etwas leiser machen möchte, dann gibt es in dieser Filmbox hier diesen Lautsprecher. Klickt man drauf, dann bekommt man hier diesen Pegelsteller, diesen Schieberegler angezeigt und ich ziehe ihn einfach ein bisschen nach unten und gebe jetzt diesen Clip nochmal wieder. Der Sound ist jetzt deutlich leiser. Hier haben wir also die Möglichkeit, den Pegel eines Clips anzupassen. Zudem haben wir hier noch weitere Symboliken. Wir können hier zum Beispiel auch Clips überblenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Überblendung zwischen den beiden Clips realisieren möchte, dann kann ich hier auf dieses gelb-blaue Icon klicken zwischen den beiden beteiligten Clips und nach ungefähr ein, zwei Sekunden taucht dann dieses Menü auf. In diesem Menü geht es hier oben um eben genau das, um das Thema Blenden. Voreingestellt werden die Clips nicht überblendet. Dann ist diese Funktion hier praktisch aktiv. Schnitt keine Blende. Also dieses Symbol, was wir hier sehen, dieser gelbe und blaue Streifen, steht dafür, dass es hier einen sogenannten Hartschnitt hat. Also dass hier keinerlei Blende beim Schnitt von dem linken auf den rechten Clip zum Einsatz kommt. Ein harter Schnitt eben. Und wenn wir uns hier für eine klassische Überblendung entscheiden, dann können wir hier auf Kreuzblende klicken. Und schon wird die Überblendung entsprechend umgesetzt. So, dasselbe können wir natürlich auch hier auf der anderen Seite des Clips machen. Auch hier kann ich jetzt auf dieses Icon draufklicken. Auch hier taucht das Menü auch. Und auch hier kann ich jetzt zum Beispiel nochmal die Kreuzblende nehmen. Jetzt war der Tonunterschied, also der Pegelunterschied, doch relativ stark. Dann haben wir den hier so stark verringert, dass das schon richtig störend auffällt. Das heißt, das möchte ich nochmal ändern. Dann gehe ich hier nochmal auf den Lautsprecher und erhöhe hier mal den Pegel erneut. Und dann gucken wir uns mal den Zusammenschnitt hier jetzt an, auch was den Ton angeht. Hören uns den mal an. Schon besser. Somit können wir also hier in diesem Storyboard-Modus dann doch schon einige Dinge bewerkstelligen. Können also die Clips überblenden, wenn wir das möchten. Können den Pegel anpassen. Und wir haben hier sogar die Möglichkeit, bereits Text zu erzeugen. Das heißt, wenn wir hier eine Titeleinblendung brauchen, dann können wir das hier auch problemlos bewerkstelligen. Dazu gehe ich hier wieder in die entsprechende Filmbox, bewege den Cursor über diese Filmbox. Dann gibt es hier dieses T-Symbol. Klicke ich drauf und dann erscheint auf der rechten Seite im Media Pool so ein Texteditor. Und im Videomonitor selbst, auf der linken Seite, ist jetzt ein Eingabefeld zu erkennen mit dem Titel. Und hier kann ich jetzt meinen Wunschtitel eingeben. Zum Beispiel Hülle aufblasen. Wenn ich jetzt hier auf der rechten Seite die entsprechenden Schieberäte und Anpassung vornehme, wird das gleich umgesetzt. Aber nur, wenn ich das im Zweifelsfall hier auch vorher markiere. Dann markiere ich den Text hier einfach mal und dann sollte das hier auch gehen. Das heißt, ich erhöhe jetzt hier die Schriftgröße. Und kann dann hier noch andere Sachen einstellen wie die Farbe und so weiter. Aber ich übernehme das erstmal. Ich übernehme das hier mit einem Klick auf dieses Häkchen. Und dann haben wir hier an der Stelle einen Titel. Ich gehe mal in den Anfang des Clips, drücke nochmal die Leertaste, um die Wiedergabe zu starten. Und wir können uns ja mal anschauen, wie Magix das gemacht hat. Ich wechsle dazu mal den Fenstermodus eben vom Storyboard-Modus hin zum sogenannten Timeline-Modus. Das ist diese Schaltfläche. Und dann sehen wir eine spurenorientierte Darstellung eben in diesem Timeline-Modus. Und dann sehen wir hier, hat die Software den Text angelegt. Das ist hier ein Textobjekt. Unten drunter, numerisch gesehen, darunter liegt der Videoclip, den wir hier die ganze Zeit bearbeiten. Denn der liegt ja auf der Spur 1. Hier haben wir also die Spur 1, Spur 2, Spur 3, Spur 4. Somit liegt der Text selber numerisch gesehen auf einer höheren Spur als eben das Video. Und deswegen überlagert der Text das Video. Das steckt dahinter. Ja, ich wechsle noch mal in die Storyboard-Ansicht. Dann sind wir hier wieder an der Stelle. So, dann navigiere ich noch mal an den Anfang. Das führt uns hier zu diesem Clip. Hier wird der Ballonkorb hinten rausgezogen. Aber dann passiert längere Zeit überhaupt nichts. Und erst als der Fahrer hier einsteigt und losfährt, kommt hier so ein bisschen Action auf, indem die Kiste, also viel mit der Ballonkorb rausgezogen wird. Und diese ganze Passage, wo nichts passiert, die brauchen wir auch nicht zeigen. Deswegen navigiere ich in etwa hier an die Stelle, wo der Fahrer im Begriff ist, loszufahren. Vielleicht kurz vorher. Jetzt möchte ich diesen Bereich links vom Wiedergabemarker, vom Abschülkopf, wegschneiden. Also die Passage, wo schlicht nichts passiert. Das kannst du machen, indem du hier auf Bearbeiten gehst und dann hier den Befehl Szenen Anfang entfernen benutzt. Das hat zur Folge, dass der Clip jetzt eben genau von diesem Bereich befreit wird. Und wenn wir uns den Clip jetzt mal angucken, dann beginnt er jetzt quasi genau an der Stelle, wo das Auto losfährt und der Korb hinten rausrutscht. Und dann ist die Szene auch schon vorbei. Und somit kannst du über Bearbeiten, Schneiden eben zum Beispiel den Anfang oder das Ende einer Szene, sprich einer solchen Filmbox hier, entfernen. Schauen wir uns jetzt mal den Bereich der Effekte an. Bleiben wir hier bei dem ersten Clip. Die Farben sehen zwar ganz okay aus, könnten aber gern noch ein bisschen kräftiger sein. Das kann man mit einer Farbkorrektur erledigen. Ich gehe dazu hier auf Effekte. Klappe hier, wenn noch nicht geschehen, die Rubrik Videoeffekte auf und gehe hier auf Farbkorrektur, beziehungsweise auf Farbe, auf den Farbebefehl in dem Fall. Und dort gibt es hier den Regler Sättigung. Und die Sättigung bestimmt die Stärke, die Kräftigkeit einer Farbe. Den drehe ich mal so ein bisschen hoch. Jetzt rückt das doch gleich viel frischer. Und wenn du Rohmaterial schneiden möchtest, das unter gleichen Bedingungen entstanden ist, gleichen Lichtbedingungen etc., dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sämtliche Clips genau so korrigiert werden müssten. Und in dem Fall ist das auch tatsächlich so, weil alles natürlich unter den gleichen Lichtbedingungen, mehr oder weniger zur gleichen Uhrzeit gedreht wurde. Das heißt, eigentlich müsste dieser Effekt jetzt auf alle Clips angewendet werden, diese Farbkorrektur. Und das kann man machen, indem man hier oben auf dieses Menü geht. Und dann kann man hier auf Video-Effekte kopieren klicken. Dann ist hier schon der Effekt Sättigung ausgewählt. Und dann gehe ich auf Weiter. Und dann befindet sich jetzt dieser Effekt in der Zwischenablage. Und wenn ich jetzt den nächsten Clip hier auswähle, dann sehen wir, hat der diesen Effekt natürlich noch nicht, weil wir den bisher ja nur auf diesen Clip zugewiesen haben. und dann anschließend dessen Einstellung in die Zwischenablage kopiert haben. Jetzt soll dieser aber genau die gleiche Korrektur bekommen. Dann kann ich hier auf das gleiche Menü klicken und auf Video-Effekte einfügen gehen. Und schon, wir sehen es hier sowohl an dem Zahlenwert, als auch an der Wirkung des Bildes, verfügt dieser jetzt ebenfalls über die gleiche Farbkorrektur. Auch hier wurde die Sättigung erhöht. Jetzt gehe ich hier mal auf den nächsten Clip. Der ist nach wie vor unkorrigiert. Und jetzt will ich mal die restlichen Clips auswählen. Deswegen klicke ich den hier an und gehe mit dem Scroll-Balken hier rüber, drücke die Shift-Taste und klicke auf den letzten Clip. Somit sind alle Clips zwischen diesem, ebenfalls noch unkorrigierten, und dem letzten Clip jetzt ausgewählt. Und auch hier können wir wieder auf dieses Menü gehen und wieder auf Video-Effekte einfügen. Und dann sind jetzt alle Clips entsprechend korrigiert. Wir können das mal probieren, indem ich mal auf den draufklicke. Wir sehen hier die gleiche Korrekturstärke etc. pp. Okay, so, jetzt wollen wir noch ein bisschen Musik unter das Ganze legen. Dazu gehe ich hier mal in den Timeline-Modus, also in einen anderen Darstellungsmodus des Fensters. Ich klicke dazu hier auf die Schaltfläche auf der rechten Seite. Timeline-Modus. Und dann sieht die Sache so aus. Dann sehen wir das Spurbezogen. Hier sehen wir nochmal unseren vorhin erzeugten Titel. Den hatte die Software automatisch auf der Spur 3 abgelegt. Hier haben wir unseren aktuellen Clip aus dem Storyboard-Modus. Und wie gesagt, das Ziel besteht jetzt darin, hier mal Musik drunter zu legen. Grundsätzlich gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten. Du könntest jetzt einfach ein Musikstück aus einem Windows-Verzeichnis heraus hier in eine leere Spur unter das Video ziehen. Du könntest aber auch über Datei, Audio-CD-Tracks importieren, ein Stück von einer Audio-CD importieren, wenn du in Anführungsstrichen noch CDs verwendest. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich dir hier. Da kannst du dir im Detail angucken, wie das funktioniert. Wir wollen jetzt einen dritten Weg gehen. Wir wollen hier eine Audio-Datei verwenden, die zum Lieferumfang des Programms gehört. Die findest du hier im Register Audio. Dort gibt es hier diese Song-Kollektion, beziehungsweise die Song-Kollektion Free Songs. Und da sind diese fünf Stücke enthalten. Wenn man mal reinhören möchte in so ein Stück, dann kann man hier einfach den Cursor über einem dieser Stücke platzieren und dann hier einfach auf die Play-Schaltfläche gehen. Da kann man zum einen reinhören und man sieht vor allen Dingen auch, wie lang das gute Stück ist. Dieser Song hat nur eine Länge von 2,11. Deswegen geht es hier ein bisschen kurz, weil unser Zusammenschnitt hier schon eine Länge von Roundabout, wir sehen es hier oben in der Time-Kurz-Skala von circa 3 Minuten 30 hat. Dieser Song hat allerdings eine Länge von 2 Minuten 11. Das würde nicht reichen. Gucken wir uns mal den nächsten an. Der ist schon deutlich länger mit 5 Minuten und 8 Sekunden. Der ist auch nur 2 Minuten und 5 Sekunden lang. Der ist 2,48 lang. Und der hingegen ist ausreichend lang mit 4 Minuten 5 Sekunden. Ich würde sagen, wir nehmen den mal. Ich nehme den jetzt einfach und ziehe den mal per Drag & Drop hier einfach in die Spur 2, in eine freie Spur. Dann kommt wieder das bereits bekannte Fenster, wo die Software fragt, ob sie die Ressource, in dem Fall dieses Musikstück, der sicherheitshalber in den sogenannten Projektordner kopieren soll oder ob wir einfach nur eine Verlinkungsverbindung zu der Originaldatei verwenden möchten. Ich entscheide mich in dem Fall hier für Letzteres, gehe auf nur importieren und dann haben wir hier das Ergebnis. Das heißt, die Audiodatei, Sunrise, so hieß das gute Stück, liegt jetzt hier in der Spur 2. Und wenn ich das jetzt hier mal wiedergebe... Dann hört sich das so an. Suchen wir uns nochmal eine Passage raus, wo die Umgebungsgeräusche, die sogenannte Atmo, recht laut war, weil einfach viel passiert. Zum Beispiel hier im Bereich dieses Gebläses. Sehen wir, dass die Musik jetzt völlig dominiert wird. Die ist überhaupt nicht mehr zu verstehen, weil eben die Atmo so laut ist. In anderen Bereichen hingegen, wo nicht so viel los ist, ist das nicht so ein Problem. Die Atmo ist zwar noch in Nuancen wahrnehmbar. Somit haben wir also hier den Umstand, dass die Umgebungsgeräusche je nach Clip zum Teil stark variieren, also in ihrer Lautstärke stark variieren. Wenn man die Umgebungsgeräusche beibehalten möchte, die Atmo, dann könnte man das auch clipbezogen abmischen, das Verhältnis zwischen der Musik und dem Clip. Auch spurbezogen kann man das abmischen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die man über den Zeitverlauf hinweg den Audiopegel verändern kann, eben um einen stimmigen Gesamteindruck zu erzielen. Das würde jetzt den Rahmen dieses Einsteiger-Tutorials allerdings erheblich sprengen und deswegen würde ich jetzt hier mal zu einer simpleren Variante neigen. Das heißt, ich möchte jetzt diese Original-Tonspur, die Atmo, nicht komplett löschen, damit sie einfach in bestimmten Bereichen, zum Beispiel hier, wo das Gebläse seinen Job macht, oder hier hinten, wenn die Stimmen der Leute noch zu hören sind, die die Ballonfahrer verabschieden. Damit diese tatsächlich auch noch ein bisschen zu hören sind, würde ich dann vielleicht Folgendes vorschlagen, dass man hier alle Clips markiert. Dann geht man hier auf Effekte, geht dann hier in den Bereich Audio-Effekte. Dort gibt es die Kategorie Allgemein und hier können wir jetzt die Lautstärke reduzieren. Ich würde das mal so auf 20, 25 vielleicht stellen. Probieren wir das gleich mal hier an der Stelle aus, wo man diese Stimmen der Leute, die am Boden sind, eben noch gut hören konnte. Also die Ballonfahrer verabschieden. Mal sehen, wie das jetzt ist bei einer Einstellung von 25. Ja, in Nuancen, vielleicht ein bisschen stärker, vielleicht gehen wir hier mal auf 35. So, hier sieht die schon ein bisschen besser zu verstehen, wenn auch nur noch als Fragment, aber man kann das erahnen, dass da Stimmen da sind. Das braucht ja auch gar nicht so konkret zu sein, wenn wir uns nochmal hier die Passage mit dem Gebläse anschauen. So, dann ist die Musik auf jeden Fall aber auch gut zu verstehen und das Gebläse kommt auch noch raus. Also auf diese Art und Weise kann man jetzt also hier für alle Clips eine Lautstärke X sozusagen festlegen. Wenn man jetzt wie hier Passagen hat, die signifikant leiser oder signifikant lauter sind als der Rest der Clips, dann kann man auch gezielt an diese Stellen gehen, diese Clips auswählen. Zum Beispiel hier eben dieser Gebläse-Clip, ich wähle den mal aus und den mache ich jetzt einfach mal deutlich leiser. Ich stelle den hier mal auf 15. Dann war das zu leise und so muss man sich vielleicht ein bisschen rantasten. Wir hatten vorhin 35, mache ich mal 25. So, und jetzt ist das Gebläse zu hören, aber die Musik ist klar noch im Vordergrund. Und so kann man dann gezielt einzelne Clips rausgreifen und den Effekt dann bezogen auf den Clip einstellen. Wie gesagt, es gibt in dieser Hinsicht noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, wie man das Verhältnis der einzelnen Autospuren zueinander abmischt, angleicht etc. pp. Diese hier jetzt vorzustellen, würde ich den Rahmen dieses Einsteiger-Tutorials dann doch sprengen. Mehr Informationen dazu findest du in meinen Videotrainings und in meinem Buch. Bleibt jetzt noch den Song ein bisschen einzukürzen. Das heißt, ich kann jetzt hier die rechte Kante des Songs nehmen und nach links ziehen. Nun haben wir den Song hier auf Länge gebracht. Der wird jetzt wahrscheinlich aber natürlich nicht auf den Punkt genau hier enden. Wir hören da mal rein. Wir können dieses abrupte Ende insofern entschärfen, als dass wir hier jetzt den Clip ausblenden. Dazu gehe ich hier auf den Clip und ziehe diesen Anfasser ein bisschen nach links. Hier gibt es diesen weißen Anfasser, den ziehe ich nach links. Und dann wird der Song hier entsprechend ausgeblendet. Bleibt noch der letzte Schritt der Export, also die Ausgabe als Videodatei, die unabhängig von Magix Video Deluxe wiedergegeben werden kann. Und das kann in Magix Video Deluxe auf zwei Wegen erfolgen. Zum einen über den Arbeitsbereich Exportieren, hier rechts oben. Da hast du dann hier die Möglichkeit, auf die Schaltfläche als Videodatei ausgeben zu klicken. Dann kannst du hier aber bei den Qualitäten, eine dieser hier angebotenen Qualitäten auswählen. Dann haben wir jetzt mal die DVD-Qualität mit 720x576. Das hört sich vielleicht im ersten Moment ganz gut an, ist aber eine Auflösung, die heutzutage niemand mehr verwendet. Es sei denn, man erstellt eine DVD, aber dann würde man auch anders vorgehen. Die höchstmögliche Qualität, die hier erreicht werden kann, ist Full HD. Also 1920x1080. Indem du hier auf Video speichern klickst, wird das Ganze dann exportiert. Für höhere Qualitäten, für höhere Auflösungen, 4K und so weiter, müsstest du einen anderen Weg gehen. Nämlich den klassischen Exportbefehl wählen, den es hier über Datei Film exportieren gibt. Dann gibt es hier eine Vielzahl an Exportmöglichkeiten, Exportformaten. Diese erläutere ich im Detail in meinem Videotraining XXL, dass ich die hier unter dem Video auch verlinke. Dort gehe ich auf jede dieser Exportvarianten im Detail ein. In dem Fall würde ich jetzt hier mal Video als MPEG-4 wählen. Dann erscheint das gleichnamige Fenster. Hier sehen wir nochmal die aktuelle Auflösung, in dem Fall Full HD. Das ist die Auflösung, in der auch der Film angelegt wurde. Von daher völlig okay. Dann habe ich hier diverse Einstellungen, wo ich einfach jetzt in dem Fall die Voreinstellungen übernehme. Hier sehen wir nochmal so eine Zusammenfassung, wie das denn jetzt exportiert wird. Die wesentlichen Fakten sind halt die Auflösung, in dem Fall Full HD, die Framerate und das Seitenverhältnis, wobei sich das Seitenverhältnis hier oben aus der Auflösung automatisch ergibt. Ja, dann müssen wir hier nur sagen, wohin das Ganze geschrieben werden soll, also den Speicherort definieren. In dem Fall schreibt er das auf den Desktop. Er übernimmt dann auch gleichzeitig den Namen, den ich beim Start des Projektes bzw. als Filmnamen verwendet habe. Wir sehen zudem, es entsteht automatisch eine Videodatei im verbreiteten bzw. bekannten MP4-Format. Ja, dann muss man bloß noch auf OK klicken und dann beginnt auch schon das Encoding. Dann sieht man hier einen solchen Statusbalken und wenn der durchgelaufen ist, dann wird der Zusammenschnitt in Form einer Videodatei im Format MP4 auf dem Desktop abgelegt. So, hier haben wir das gute Stück auch schon. Ja, damit sind wir am Ende dieses Einsteiger-Tutorials. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und, falls es noch nicht geschehen, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Okay, dann bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Ja, gang. Ja, finally. Bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank.